Wenn du einen Wunsch im Leben frei hättest, welcher wäre das? Dass dieser Urlaub nie enden würde. Ich will in Erinnerung bleiben als der Mensch, der ich war. Und nicht als der, zu dem ich werde. Das ist nicht fair dir gegenüber. Es geht nicht um fair oder nicht fair, es geht um Liebe. Colin Firth, Stanley Tucci, Supernova im Kino.